Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Story Mode. In der letzten Folge haben wir Ruben endlich wiedergefunden, doch wir wollten ihn ja retten und somit schickten wir ihn vor. Wir haben ihn gebeten in die Stadt zu laufen und wir haben uns um die Monster gekümmert, um die Zombies und die Spinnen. Petra musste uns retten. Auf der Flucht hat sie uns ein Geheimnis verraten, dass sie einen Wither-Schädel hat, den sie verticken wollte. Und nun hat uns der Healer über den Tisch gezogen und wir verfolgen ihn. Ich hoffe, ich darf jetzt ein bisschen selber lenken. Können wir aber lange suchen. Oh, jetzt doofen wir ein bisschen. Ich glaube, viel kann man hier auch nicht gucken. Maskenstand. Schade, ich dachte, da können wir vielleicht uns einen Wither-Schädel ausleihen. Ausverkauft. Ach, das ist doch dieser Schild, ne? Für die Poster? Ach ne, Vortrag, okay. Hier, laufen wir mal weiter. Okay, wir rennen mal ein bisschen. Oh, na super. Also sind sie Bodyguards cool. Kommen wir in den ran? Wahrscheinlich nicht so, oder? Okay. Sehr ärgerlich. Dann gehen wir halt zu den doben. Ach so, das ist doch dieser arrogante, aber obwohl, der soll ja ganz okay sein. Also unterhalten wir uns mal mit dem. Sehr kreatives Gespräch. Genau. Na, ob sich da was anbahnt? Jetzt wird's hier noch zur Liebesstory, oder was? Wir sind cool? Ja, wir sind cool. Cool, cool. Coolio. Coolness. See you later, Lucas. Ja, see you. Aber wenn? Ach so, da kann man's hinsetzen. Nimmst du, ich suche jemanden. Nimmst du Wünsche an? Ach, der hört uns eh nicht. Glaub ich. Hat der lila geschminkte Lippen? Ach, will ich gar nicht wissen, glaube ich. Was haben wir hier schon nicht? Axel. Was macht er denn? Der soll da suchen? Ich dachte, du könntest einfach raus aus der Trap, nicht wahr? Well, wiggle so viel, wie du willst. Du gehst nicht irgendwo. Axel, hör auf. Hast du eine Chance, dass du einen kreppig-lösen Beardy-Guy gesehen hast? Nein. Petra hat mir gesagt, was passiert. Ich habe einen Augenblick für ihn. Ich habe einen Augenblick für ihn. Okay, also ich habe einen kleinen Entschuldigung. Es ist nur, die Maschine pressen alle die Wunschte. Es ist nicht wirklich kompliziert, und nicht für die Hände, für keinen Grund. Es ist nur, wenn etwas wie diese Beardy, du musst du Antworten. Aber ich habe gesagt, als die Demonstration ist, Wir brauchen wirklich Hilfe, Axel. Wenn wir nicht finden, wir nicht finden ihn, wir können nicht finden ihn. Ich habe ihn gesehen, ich habe nur entstanden. Ja, aber angeblich mag er die Maschine nicht, ne? Oh, es ist fies. Das ist ein anderer, oder? Wenn ich den jetzt anfasse, dann krieg ich schon Prügel. Oh, ne. Genau, bewegt dich, du Idiot. Oh, den hat's jetzt aber eben. Wo ist denn jetzt der? Ach, da hinten. Hier waren wir doch eben schon, oder? Der will aber nicht Ruben zum Schweinekotelett machen, oder? Dann gibt's aber Klopper, mein Freund. Das ist doch Ruben, oder? Nee. Oder? Aber das ist mein Schwein. Ich hab aber nichts im Tauschen, keine höchsten ist ein String, oder zwei. Ja, wir sind mutig. Ist der sauer auf mich? Oh, jetzt müssen wir den immer noch hinterher furzeln, oder was? Wo ist denn das Schweinchen schon wieder? Der rennt ja schon wieder irgendwo rum. Können wir da irgendwas anklicken? Den schnappen wir uns, dann gibt's, ähm, wie war das? Gruppenkeile? Oh. Na toll. Okay, wir legen uns gerade mit dem... Der hat Angst vor Hühnern? Oh, wie praktisch. Ja, wir besorgen uns einen Huhn. Shoo, shoo. Get out of here. Wird bestimmt lustig, aber ich hab doch gar nichts im... Obwohl, das schwert, oder? Da ist ein Hebel. Was ist denn da? Schleimdemo? Reden mit. Fragen mal Axel. Weil ich denke mal, der furzelt... Na super. Vollpfosten. Wenn wir nämlich den Hebel, glaube ich, drücken, denn... Okay, ich dachte, ich kann... Was machen? Was machen? Was machen? Was machen? Was machen? Sch-chicken-Fan? Mann, sei doch nicht so ein Streber hier, beziehungsweise so ein Spießer. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir mit dem Schleimdingen uns da was machen können. Mit dem Hüpfeball. Ist das nicht inner von den komischen Spacken? Jetzt müssen wir den erstmal runterkriegen, wahrscheinlich den Dödel. Oh, okay, das war ja einfach. Oh, okay, das war ja einfach. Sch-schitter. Eine Maske brauchen wir. Nein. Ich muss mir jetzt nicht eine Maske holen, oder? Ach, okay. Ach, kik mal, was ist denn hier? Das soll dieser Lucas, genau? Das war aber einfach. Das ist ein bisschen doof, dass man sich hier drückt halten kann. Ja, jetzt haben wir auch so ein Schleimding. Gib mir einen Boost, ich glaube, das hätte... Na, egal. Jibbe! Achso, ich wollte aber sehen, wie sie da rauf springt. Ach, jetzt so. Cool. Muss ich das jetzt selber machen? Komm, komm, lass mich ran. Alle... Huch. Oh. Mit dem Kopf. Es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Mit dem Schädel durch die Wand. Kein Wunder, dass er Angst hat. Vor den Viechern. Sind Karate-Hühner. Gebt ja nicht. Oh, schade, schon zu Ende. Geht ja doch nicht. Geht ja doch nicht. Durch die Tür. Was tun wir, wenn wir ihn fangen? Es gibt Millionen Möglichkeiten, um das zu spielen. Aber, als ob es das nicht mein Kampf ist, ich folge deinen Lied. Was auch immer, was wir müssen. Du bist viel mehr intensiv, als ich dir credit habe, Jesse. Bereit? Bereit. Okay, wir sind ja auch mutig, ja? Du hast uns voll unterschätzt, du Vogel. Warum ist das denn hier in so einem Spiel? Was ist denn hier? Eine Hexenküche, oder was? Was ist das, wie es war der Basement? Wunderbar zu haben, wie es eine Hexenküche ist. Ich glaube, dass ich alles, dass ich meine Wetherskull hier finden werde. Und wenn wir etwas anderes cooles, was wir hier finden, dann wäre es, oder? Axel, das ist nicht das, was wir hier machen müssen. Ich habe gesagt, dass wir tun, was wir tun müssen. Und wenn dieser Mann nicht vor Ort, was wir tun müssen, ist, was wir tun, ist, was wir tun. Ich will nicht auf seine Level. Aber ist das nicht der beste Weg, um ihn zurück zu erinnern? Genau, wir sind keine Diebe, auch wenn wir polnische Wurzeln haben. Gerne, such mal mal den schönen Schädel. Das erkennst du aus dem Kuchen schon? Okay. Das ist wie ein Labyrinth, irgendwie. Ich hoffe, wir finden ihn hier wieder raus. Ach, Petra, okay. Oi! Darf ich das haben? Oh, wir wollen den nicht stillen. Flauschi, oder? Das ist ja gemein, eigentlich wollte ich das gerade haben, weil, ähm, die hat aber schon genug Zeug. Wart macht der hier schon wieder? Das will ich nur anfassen, okay? Das ist ja wie in der Kaufhalle hier. Was haben wir denn hier schon? Oh, wir gehen wir in den. Ich weiß zwar nicht, was das Schöner ist. Als würde der da nicht... Ja. Das sieht ganz anders aus, okay. Reden wir erst mit ihr? Ja, wir reden erst mit ihr. Bevor wir einen Hebel haben. Okay, mit dem Schweinchen können wir auch reden. Ach, der findet jetzt bestimmt den Hebel, oder? Ganz zufällig. Ja, super. Als hätte man ihn nicht selber gesehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Vor allem, du bist doch gar kein Hund. Das sehen wir noch mit ihm. Oh ja, das wäre ja mal was Tolles. Vielleicht wäre das praktisch auch bei The Forest. Okay, dann drücken wir den Hebel. Eigentlich dachte ich, wir finden auch irgendwas, was wir selber nehmen können, weil... Wir haben nicht wirklich Zeugs. Was ist denn mit meiner Maus heute los? Was? Was? Ich dachte, hat sie nicht eine Falltür. Ich dachte schon. Nicht anfassen. Genau, es wird hier nicht angerapscht. Aber da sind noch mehr, oder? Stimmt, man braucht Hilfe von dem Rieser und dann bin ich zu beschweren. Wir haben ein paar mehr. Am besten nehmen wir alle drei mit. Und dann müssen wir noch den Seelensand, dann... Oh, scheiße. Gut, dann sagen wir mal, danke fürs Zuschauen für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao. 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 Vielen Dank.